Hallo und herzlich Willkommen zu Let's Play Divinity Original Sin mit mir Bunny und mit Fyke. Ahoi hoi. Ahoi hoi. Als wir das letzte Mal aufgehört haben, haben wir hier in unserem guten Kampfsystem rumgespielt und Fyke ist irgendwie uns abhandengekommen. Habe ich natürlich gleich gespeichert und Gott sei Dank war es zum Ende der Episode. Von dem her ist ja nicht viel verloren gegangen. Gut, dann machen wir mal weiter diese Untoten hier fertig. Ich glaube du bist gerade dran, Fyke. Jo, auf geht's. Das kann ja nicht ein bisschen schwierig sein. Näh, näh, näh. Du hast dich hier auf die rechte Seite positioniert. Jo. Ein bisschen ungünstig. Ich bin gleich als nächstes dran. Das geht ja richtig schnell. Ich bräuchte auch noch eine Fähigkeit mit der ich rennen kann oder sowas. Madame ist dran, Madame kann... Hammer time. Gute Batterie ramp. Ja, das ist cool. Ich glaube, ich schieße noch einen Blitz in meinen Magier. Da ich durch dieses Gift und Feuer nicht durchlaufen will. Der wird weiter geheilt. Das soll ja kein einzig großes Problem für dich sein. Und er ist flankiert von dem her. Ach Gott, warum läuft die Bittschin so bescheuert um ihn herum? Du konntest ihn schon vorher angreifen. Damit du schöner einen auf die Schnauze kriegst. Ja, viel Schaden mache ich auch nicht. Ich bin gerade mit meinem Charakterbild und Aussehen überhaupt nicht mehr zufrieden. Mit irgendwelchen unerfindlichen Gründen habe ich keine Haare mehr. Ja, weil du die komische Badekappe da auf hast. Kann ich die visuell entfernen? Warum kriege ich hier so viele Inventare plötzlich? Und noch einen Blitz? Ein bisschen overpowered, weil man den alle jede Runde einsetzen kann. Ja. Erinnere dich dran, wie OP der Ranger war in der Beta. Es hat einfach alles niedergemetzelt. Es war schon ein bisschen witzlos, oder? Ja. Naja. Es hat uns ein paar Mal den Arsch gerettet. Das stimmt wohl. Außer bei dem Leuchtturm, zu dem wir jetzt hinlaufen. Da war Taktik gefragt. Oh Gott, komm. Ich gehe noch nicht so schwer in Skelettern zu greifen. Ey, das ist ein Undead-Killer, ja. Ganz gefährlich. Oh, guck mal, der... Magie ansteht. Nehotre steht wieder auf. Mann, er ist mir... Gibt es doch nicht, ne? Unser Leben hat er nicht mehr. Jetzt ist er tot. Oh, er hat was fallen lassen. Immune to Freezing Spell. Nicht Spell. Blah. Blablabla. Blablabla, Mr. Freeman. Genau. Dann schießt er auf. Sollte der da hinten tot sein mit dem Blitz? Ja. Lass noch den Zombie wegblitzen. Blitzdingsen. Wir hatten aber zu wenig Leben. Deine Madora. Die schon Level 3 ist. Wir sind erst Level 2, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Äh, ne, wir sind Level 3. Level 3? Ja. Das kann gut sein. Da würde ich gleich davor stellen. Und da ich ja noch keine Fähigkeiten verteilt habe. Die ganze intelligente Weise. Ah, die darf den noch nicht wieder umsmashen. Oh, verdammt. Noch keine Hämmertheie im Blasertod. Was hat er fallen lassen? Eine Heilungsrolle. Ach, da sind noch Gegner. Ja, eins haben wir. Ich hätte gedacht, sofort aufnehmen. Nein. Kann ich den treffen? Blutgeile Saule. Naja, ansonsten machen wir es mal. Manzer-Dingster-Treffen. Ob das was hilft. Dö. Schaut nicht so aus, ja. Kannst du jetzt umher springen. Ja, klar. Die sah schon auf und ist weg. Machen wir mal den Pantheonsprung. Auf geht's. Ein unsichere Gefilde. Ich glaube, mit dem muss ich ein Schrittchen laufen. Ich glaube, er auch. Na, obwohl. Was schon was ist. Oh, und da war Wasser. Nice, nice. Ich habe die ganze Sache noch verstärkt. Dann habe ich gar nicht gedacht, bis ich die Wasser-Dings hochgejagt habe. Hast du mal was mit Sinnverstand gemacht, obwohl du es nicht wolltest? Ja. Hä, da ist eine Kiste. Ich glaube, ich habe dir jetzt den Weg blockiert, oder? Ne, doch. Ich bin schön dünn. Ja. Ich habe blaue Haare. Äh, ja. Da kann man eh nicht gerade hin. Weil das uns auch ziemlich wehtun würde. Ja, sollte bei mir das den Schuss tot sein. Oder zumindest wenn du wieder dran bist. Ja, ich hoffe es. Wenn noch, ist die Wand im Weg. Wo ist die Kiste? Da hinten drin, ja. Level 5. Dann kann ich den Weg nicht. Ne, reicht nicht. Alles. So, knapp. Na, du hast dich, äh... Ich probiere mal ihn zu heilen. Oh, das schade macht. Das macht schaden, ja. Ja. Äh, ja. Der wird wohl gleich tot sein. Ja, dann überlebt er nicht mal. Ja schön Gut und wir kommen da sogar durch Jetzt blitzt Ding das nicht mehr Nein! Ach du bist doch ein Depp Herzlichen Glückwunsch Glaublich Sie waren nicht abgeschlossen Netterweise Eine Resurrect Scroll Und ein Sharp Short Sword Ah da ist ein Mortar in Pestel Das musst du mitnehmen wenn du Graften willst Oh ein neues Kurzschwert für mich Was hattest du für ein Kurzschwert? Sharp Slashing Moppet 1631 Ich hab alle ein 1830 Hm Was braucht man? Wie viel Stärke braucht man für deins? Ähm Orange Keine Ahnung 6 Ja ich hab grad nur Orange gelootet Deswegen so lange Bleib ich lieber bei dem Mehr Damage machen als Ja das nehmen wir mal mit Und du solltest noch deine Begleiterin anketten Ja Damit sie auch mitkommt Ja Damit sie auch mitkommt Komm an die Leine Ja ich sammle eben hier noch einen Ja gehen wir doch erstmal hier unten rum Da unten sind sicher noch Gegner Da unten sind sicher noch Gegner Ja da waren glaube ich die Einige Alleine draufgehe Da sind Pilze Moment ich sammle hier mal ein Pilzchen auf Ah Und ich einen habe Stardust Da sind noch mehr Pilze Benny Bun Ah da auf dem Feld waren nochmal welche Genau Die haben uns glaube ich schon das letzte Mal so Probleme gemacht Alles leer hier Uh ein Apfel Ne ne eine Tomate Uh Mal speichern Lieber auf Nummer sicher gehen Ja da ist dieser Selbstmörder Oh Price Aber die sind schon geflankt Das ist sehr schön Aber Und du bist als erstes dort dran Also So Gibt's zurück ein Ricochet Hättest du dich vielleicht Zurückziehen sollen Oder Geht schon Und ich hätte noch deine Tante heilen sollen Aber Ja die kann auch einen Pot schlucken Die hat genug So ich kann jetzt vergessen in diesen Power Stands rein zu gehen Die haben leider einen Nachteil diese Pause Deswegen will ich sie momentan nicht so wirklich häufig benutzen Weniger Schaden Äh weniger Treffsicherheit Das war's Ja Nur einen Action Point verwenden Aber dafür glaube ich Gucken ob das reicht 25 Damage Minus 10% Schast Von dem her machen sie Im gesamten Schaden Schaden Hat ihn nicht umgehauen Okay Wo ist der Gefrier Zauber hier? Ja einmal bitte den Explos Exploskeleton Na Der ist noch zu weit weg Ja dann Lassen Dann freeze irgendwen anders der weiter weg ist Nicht die nah dran sind Ich bin ein paar Ja dann Ich bin ein paar Ich bin ein paar Ich bin ein paar da komme ich auch nicht dran das macht die ganze Sache nicht einfacher wenn ich jetzt gerade erst meine Heide-Runde machen soll das wäre nicht besser und einen Schlag machen jetzt mal den wieder freest du in, oder? der ist böse sowas solltest du auch machen ach du scheiße aber es scheint nicht zu tun es scheint aber alles okay zu sein oh sehr schön ich dachte ich mache mal was sinnvolles glaube ich freestain am besten shit der ist immer noch invisible oh der steht hinter dem man ich muss hier immer noch heilen mhm ich habe leider nicht diese mega krasse Imba Attacke das war nichts das hat sich schon überleben uuuh jetzt wird es eng oh danke oh alter Solta gut dass es regnet ich kann sie Neitrank nehmen wenn sie nicht vom Archer angegriffen wird haben wir Glück den Archer sehe ich leider auch nicht das Problem war ich gerade auf die ganze Zeit was ich nicht sehen kann die Angst hat sie schon überleben würde ich behaupten ich bin zuerst dran und ich habe jetzt eine ganz bescheuerte Idee nein du bringst ihn jetzt nicht zum ich weiß nicht ob er dann hoch geht freeze den lieber und wir gehen paar Meter weg okay musst du nur Platz machen für deinen Magier sonst kann ich schon kein klar viel aufwenden shit au du hast fast kein Leben mehr naja ne ach ne die Jungen Adore hat kein Leben mehr und das magier passt auch nicht mehr die wird noch zwei Runden lang über 18 geheilt die wird noch zwei Runden lang über 18 geheilt ja die macht jetzt einmal den hier oh fuck okay okay so freeze den mal bitte dann Target ist invisible was zum Teufel ah der ist in der Wolke drin der ist in der scheiß Wolke drin der ist in der scheiß Wolke drin deswegen können wir die nicht sehen durch die Wolke kann ich durchschießen naja mach das immerhin oder geh mit dem auch noch ein Stück danke uh super kann ich mit ihm jetzt nicht weg auch nicht schlimm das war jetzt ungetargetet hab ich da einfach hingeschossen ja das geht ja zum Glück auch hier lasst mein Magier in Ruhe ähm das Skelett sollte eigentlich jetzt umkippen ich mach mal einen taktischen Rückzug das hört sich finde ich gut an shit ah die haben auch geändert dass man während des Kampfes äh Items rüber geben kann vorher selber dran ist äh was mach ich mit der diese Bombe auf dem Rücken mhm ja ich glaube den kann man schon grad angreifen solange er feucht ist dürfte er ja nicht explodieren oder? weiß ich nicht kann auf jeden Fall den Archer instant angreifen der geht naja wovon ihn halt nicht angegriffen weil ich ihm Feuerball reingeworfen hätte aber das ist halt eher nicht der Plan und so sollte es vielleicht auch nicht im Feuer stehen nämlich da wird er glaube ich wieder äh wenn der in das Feuer reingeht wird er unfeucht trocken das war das richtige Wort ja hat ein bisschen gedauert kann ich überhaupt was gehen um das da zu setzen ne die Leute vorher dran denken eine ganze Kanne Tee zu kochen hehehe äh Post plus 4 Action Point und hier sollte ich ihn treffen ja er rennt weg er rennt weg can't explode gut das ist schon blöd wir können bloß nicht ins Feuer locken aber ich glaube deine Tante stirbt hm glaube ich nicht dran ich glaube ja neiner glaube ich auch hehehe ja nicht mehr viel elf Leben noch ähm ja den solltest du vielleicht wählen ich wüsste aber nicht wie hast du nichts mehr ja das ist die Fall selber und ist hier oh können sie überleben ok das Feuer ist weg weg ja oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott das ist sehr nervend auch wenn ich ganz hin ist der grad hoch gegangen? ja ok sie hat noch ein Leben nicht gesehen hehehehe oh und sie wird geheilt ah ne hast du grad den Heiltrank genommen ja war die beste Lösung in meinen Augen da ist der Meinung dass ich diesen scheiß Fell casten kann aber wir scheinen die Situation entschärft zu haben ja wir haben mittlerweile wieder ein ja ok na ich mag diesen Ricochet das ist echt praktisch oh der ist Frozen ich bin vorhin eingefroren ja der läuft gerade das hört mal überhaupt nichts ähhhh ähhhh ja 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 da muss ich zumindest der Attack of Opportunity bekommen gut die brennt auch nicht mehr da sollte sie sicher sein ich muss mich dann fallen lassen kannst du die heilen? im Speer ähhhh könnte ich ja das geht ah so passt also ich bin immer wieder von dieser Musik begeistert ok der Timer hätte geklingelt aber machen wir noch schnell den Kampf zu Ende das ist ja das ist ja dort ach den schwierigsten Diamanten für uns von ihm her können wir nicht mit einem Cliffhanger könnten nicht aufhören nicht mehr hehehe ja oh wow wow oh danke ich mach mir schon einen Schaden können sie mir dann den Kampf verziehen dann ist da noch die Hosen noch in die Runde na wir haben noch ziemlich viel dann ist da noch die Hosen noch in die Runde ja ähhhh ähhhh super hast du gut gemacht kann ich ahnen dass deine Pfütze ist super super oh man wer dich als Freund hat braucht keine Feinde mehr hehehe dafür kann ich schön weiter auf den Drauf feuern das ist doch perfekt ok das war alles geplant so dass er nicht mehr zum Schuss kommt doch jetzt kommt er zum Schuss ne du musst ihn dort seh ich anders gerade dann äh speichere ich erstmal wie ging das nochmal auf F5 nicht dass ich jetzt gleich das Recording einfach so ausscheite ok ähm vielen Dank fürs zuhören wenn es euch gefallen hat subscriben liken comment schreiben oder auch nicht dem vielleicht beibringen dass man im Team spielt das bedeutet nicht die eigenen Leute zu töten oder zu stun nein das gehört sich so nein das ist Team Building dadurch man sich so ein bisschen gegenseitig ja egal ja gut bis zum nächsten Mal